morgen schön dass du wieder auf meinem kanal künstler streicht bist ja also ich habe heute was vor und zwar möchte ich mit richtig knalligen farben heute arbeiten also rosa pink rot und will aber erstmal mit der kohle oder eigentlich wollte ich grafit haben damit will ich starten heute denn grafit und kohle das ist schon unterschied also mit dem grafit hier ich ganz wenig aufdrücke kommt so gut wie gar nichts und wenn ich ein bisschen dollar drücke sehe ich auch meine linie hier und die gibt halt wenig farbe ab wenig pigment das habe ich aber gerade überlegt nie kommen bisschen mehr kritzeln das ist jetzt kohle du siehst den unterschied und ja ich will das pigment nämlich nutzen habe ich gerade gedacht mal sehen schauen wir mal mal gucken ich weiß jetzt nicht auch nicht wie der farbton dann wird weil jetzt will ich erst mal ein reines pink haben das ist cool das finde ich schon ganz gut das leuchtet dann ist so fröhlich und die sonne kommt hier durch gerade schön wo jetzt das experiment einfach miteinander mischen ordentlich verrühren guck mal derselbe farbton toll oder will ich immer noch mal ein paar linien haben wo ist mein grafit mein grafittstück hallo und das rot jetzt darauf freue ich mich total ihr müsst unter das video gucken ich schreibe euch dahin was für ein rot das ist das ist so toll schon mal witzig oder es passt sehr sehr gut gerade kaffee gehört bei mir natürlich auch immer wieder dazu nein stimmt nicht immer aber so früh am morgen auf jeden fall apropos morgen ich denke jetzt schon an euch an unseren tollen chat wir chatten hier wahrscheinlich gerade zusammen das natürlich richtig genial also vielen dank dafür für die tolle community hier vielen vielen dank heute habe ich eine farbidee auf jeden fall und ja die linien möchte ich mit einbringen deswegen probiere ich hier immer wieder auch unterschiedliche methoden aus wie ich die linien einbringen kann und ja und ja und ja und ja und ja Nochmal wieder ein paar Kritzeln hier rein, die auch unterbrechen und das ist mir jetzt hier gerade noch zu viel. Ich glaube, dann nehme ich einfach wieder ein bisschen was mit weg und dann probiere es nochmal wieder aus. Also so wird es jetzt wahrscheinlich hin und her gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Malen ist das ja auch immer so schön. Zu Anfang freut man sich auf die Farbe und dann hat man sie und dann, ja, dann freut man sich noch mehr und zwischendurch denkt man so, ah, jetzt geht mir das aber langsam, dann wird es mir zu viel. Und ja, so ist es auch mal hin und her. Und jetzt mit dem Weiß kann ich auch wieder schön was zurücknehmen und hier weiter rum experimentieren. Musik 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 Ja, wie geht es jetzt weiter? Also ich probiere ja selber aus, die Farbnuancen probiere ich aus, aber jetzt fehlt mir doch irgendwas. Also bin ich auch immer am überlegen. Mal gucken, mal gucken, was jetzt eigentlich noch dazu kommt. Und jetzt habe ich nämlich das richtige gefunden. Hey, das ist mein Kaffee. Das passt super. Das Orange. Das knallt so schön. Das ist so cool. Ganz, ganz weicher Stift. Musik Jetzt jetzt auch tatsächlich alles an den Fingern gerade. Also habe immer irgendwie ein Tuch dabei oder so. Musik 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 So, da gefällt mir das schon ganz gut, aber hier oben, da fehlt mir was. Also da weiß ich auch nicht, da fehlt was, aber was weiß ich nicht. Und was ich jetzt natürlich machen kann, ist einfach mit Formen spielen, die dann über die Fläche rüber laufen. Da könnte ich natürlich über das ganze Bild jetzt auch verschiedene Formen setzen, aber es ist nicht so wirklich meins. So kannst du sehen, wie es geht, sag ich mal. Und ich kann sie auch wieder übermalen. Mal sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020